was geht ab leute am start beim ersten video spot amigo auch am start was geht ab oder da draußen könnte ich schon ein bisschen was sehen hier ist der erste video spot ich bin hier auf jeden fall um ein paar wilde sachen ab so leute immer noch beim dreh wir sind fleißig dabei schöne grüße von mir und meinen neuen kollegen schöne grüße an alle basic fans wir drehen den ganzen tag schon dieses video wo der mich hinschickt und Vielen Dank.